So, meine Freunde, der Wahrheit und der Gerechtigkeit und der Demokratie. Wir haben es jetzt geschafft, wir haben jetzt in Bonn die Partei gegründet. Wir sind kein Verein mehr, wir sind jetzt eine Partei und kämpfen für die Demokratie. Und ich fordere jeden auf, der was verändern möchte in Deutschland. Zum Positiven. Ihr merkt ja alle, dass die ganzen Altparteien keine Politik machen für Deutschland, sondern gegen Deutschland. Und hier werdet Mitglied bei uns. Wir möchten wieder die Partei der Sicherheit werden, der Wirtschaft und die Partei, wo jeder Bürger sich willkommen fühlt und geschützt fühlt und wahrgenommen wird. Das verspreche ich euch. Kommt zu uns und vor allen Dingen Menschen mit Migrationshintergrund, Deutsche mit Migrationshintergrund, kommt zu uns. Wir haben einen extra Migrationsbeauftragten, der euch heimisch fühlen lässt. Euer Michael Kuh von der Werte Union. Die Partei Werte Union ist gegründet. Die Partei Werte Union ist gegründet.